Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game. Wir sind hier Donner und Globo im Kokosheim und wir starten nicht direkt mit der Mission, denn irgendwo ist hier, genau, Emmett als... Äh, Firster, genau. Die anderen drei Charaktere sind Dr. Max Grobs und zwei Robo-Einheiten, die bekommen im Octane Tower, die habe ich da anscheinend verpasst, oder gut übersehen. Aber wenn wir so bald zum Octane Tower müssen, können wir es auch machen. So, angekommen auf Wolkenkrokosheim ist das nächste. Liste, dann haben wir noch, ähm, die Flucht aus Wolkenkrokosheim und dann haben wir noch die Tiefen, die wir machen müssen. Ich habe nicht darauf gedacht, was wir noch haben, oder was wir noch brauchen. Also die Hose, denke ich mal. So, ich habe die Hose noch nicht und wir haben noch kein einziger Anleiter. Okay, verstehe ich. Wir müssen auch hier ein Feuer löschen. Ich bin hier mit der Feuer löscht sowieso. Ich glaube nicht. Danke, Abram Lincoln. Okay, sechs Stück sollen wir davon machen. Ich... Achso, er kann das ja gar nicht stimmen. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Ich mache es einfach mal, weil wieso nicht? Okay, das können wir leider nicht löschen. Da muss ich so noch selber raufspringen. Ich dachte, eigentlich nicht. Aber Moment, ich kann es ja nicht mit, ähm... So, fallen lassen. Ich kann ja nicht mit, ähm... Superman in die Wasserflasche vom... Oder den Feuerlasche vom Feuerwehrmann auffüllen. Ich glaube, der hat sowieso mal Feuerwehr wechseln auf ihn. Irgendwie sehe ich ihm dann hier was machen. Ja, Emmett kann bohren, genau. So, da ist was, da ist was. Hier unten ist noch was. Das können wir schon mal holen. Und hier oben ist auf jeden Fall noch was. So, dann haben wir hier noch zwei Feuer. Ich hoffe auch, äh, dass es hier nicht noch irgendwelche versteckten Räume gibt, die ich vielleicht betreten müsste. Das wäre doof. Weil ich habe halt keine Ahnung mehr, was jetzt überall wo war. So, dann fehlen uns nur noch zwei Seiten. Ähm... Ich glaube, hier gibt es erst mal nichts, was ich verpasst habe. Da hinten konnte ich zwar reingehen, aber... Das kann ich vorher auch schon. Emmett könnte ich hier retten. Kann ich hier was schon machen. Hm, ich glaube, das hier alles ist nicht so relevant. Vielleicht hier in dem Wasserfallfluch auch nicht. Kade. Ja, dann würde ich sagen, rette ich einfach mal Batman gleich. Ähm, gehen wir mal Emmett. Nachher kann er schon Meister bauen. Ähm, okay, ich brauche noch einen Meister-Bar-Sets. Ah, dann geht mir mal... Ich hoffe, ich könnte dann irgendwas machen hier. Keiner von euch, oder? Können wir mal den grünen Ninja an. Kann der irgendwas machen vielleicht? Okay, er hat... Wer hat da den Doma-Rang-Sinn? Praktisch. Wir können mal ein paar neue Charaktere testen, die so kämpfen. Also der kämpft ganz lustig, muss ich sagen. Dann haben wir auf jeden Fall noch... Den wollte ich mal testen, was der hier hat. Der hat irgendwie so ein Spezialer, hat da gesagt. Also statt Online. Einfach einen... Kasten, okay. Ähm... Ich habe keinen mit einem Bohrer, super. Emmett hat eine Axt. Ja, ich bin Emmett, meine Güte. Ich dachte, das geht wenigstens mit ihm. Dann halt nur mit dem Emmett. So, jetzt sind wir schon mal Batman. Wir haben... Weitruf... Ah, okay, wir können noch ein paar... Wir können Pandaman nehmen. Wir haben übrigens keiner, wo Einhorn-Kitty ist. Irgendwie Einhorn-Kitty nicht erst im nächsten Bereich. Ja, okay, dann helfe ich erstmal Emmett. Gucken, was passiert. Ja, jetzt passieren hier lustige Dinge. Das kriegt Emmett schon selber ganz gut hin, würde ich sagen. Ja, okay, dass ich euch vergessen jetzt. Dann nochmal hier ziehen. Ich glaube, das braucht mir noch irgendwas. Dann müssen wir noch mehr Meisterbauer sein. Aber was soll ich das denn machen? Ähm... Pandaman. So, dann springe ich hier mal hin. Guck, was passiert. Ach so, klar. Hier muss ich ja noch ran spielen, das habe ich mir vergessen. Und dann können wir hier, glaube ich, Meisterbauer bauen. Genau, das habe ich mir noch quer. So, ich hätte das theoretisch auch ohne machen können. Aber ich wusste nicht mehr. Und so haben wir nur geguckt, ob da noch was anderes sichtbar ist an Leveln. Ich glaube, wir müssen das hier ausführen, weil ansonsten, ähm, kommt nicht... ähm, ja, der Trigger, dass hier das große Huhn kommt. Oder? Oh. Ich kann einmal aufreißen, das Ding. Und jetzt? Ach, noch einer. Noch zwei sogar. Au. Ich würde mich freuen. Den haben wir mal kaputt gerissen. Und dann kommt gleich noch einer. Ja, kein Bock, ey. Ich lasse das ganze Spannende schnell vorbei. Nö, natürlich nicht. Hier haben wir jetzt eigentlich nicht. Drei Stück, genau. Und die haben wir alle gerade geholt. Ja, genau. Eins war hier hinter der goldenen Wand. Dann waren es die sechs Feuer. Plus dann noch das eine, was so halt in der Luft war. Komplett in der Luft war. Ja, komm, mach Vogeldinger. Dann noch die Hose. Zwei Stück. Ich glaube, da war auch noch eins mit Feuer löschen. Und das... Und dann eine Kitty retten. Ja, aber ich weiß nicht, was ansonsten war. Guck mal gleich mal. Gut, danke schön. Okay, ich muss das gleich machen. Ich werde den wegfliegen. So, dann haben wir hier Wasser. Äh, wir müssen Wasser benutzen. Von der Feuerwehrmann. Da müssten wir Sachen lasern. Da sind wir für die beiden. Wo die Hose sind, weiß ich immer noch nicht. Und die habe ich auch nicht, ne? Nee. Das Level war hier nach mancher auch... ...vorbei. Ich glaube, die Tiefe hat angefangen, damit wir das... ...fahrzeug zusammenbauen. So, wer ist die Anleitung? Soll ich das offlasern vielleicht? Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier irgendwas bauen. Oder wenn, das ist Level. Ich bin mir grad die Mühe. Ich guck mal kurz nach. Okay. Ich bin hier immer noch richtig. Das ist schon mal gut. Und wir müssen nach hier fliegen. Okay, sehe ich es auch. Da müssen wir rüberfliegen. Die habe ich vorher echt nur gesehen. Muss ich gestehen. Die haben wir auflasern. Nein. Kein gut zu spielen. Danke. Jetzt brauchen wir... ...Green Lantern. Bauen hier ein... ...Jet. ...Klar. Anstatt, dass wir legen, wo ich schon einfach so kaputt hauern. Nein. Wir sprengen lieber alles weg. Genau. Spüren verlassen. Ich habe es geschafft. Ein bisschen Geld gesammelt. Wir haben Hosen. Wir haben... ...der besondere mal wieder. Das ist ja nichts Besonderes. Und wir haben alle Teile aus. Offenweise mal direkt gesammelt. Aber ich hätte es nicht direkt geschafft, weil ich ja... ...zu blöd war. ...und das übersehen habe. Wo sind meine Hosen und wollen ein Bahnleitungs-Set. Dann haben wir jetzt noch 15 Steine offen. Und noch ein paar Level. Das nächste Level müsste dann... Ich glaube, dann haben wir... ...musten wir mit Benni das hier machen. Und dann geht es hier weiter. Ja, doch. Fluchthaus. Wollkukesheim und die Tiefen sind das nächste. Hier brauchen wir auch die Hose wieder. Ja. Und guck mal auf mein Yeti. Weil lustig aussieht. Mal gucken, was er macht. Ich werde sowieso wahrscheinlich sehr schnell wieder zu Superman. Ähm. Hexeln. Ach, das ist das ja wirklich. Okay, Schneebälle. Das ist schon mal lustig. Ähm. Hosen sich da hinten. So. Einmal kurz, äh... Nicht anders, was ich trug, aber es ist ja noch Controller gewesen. Ähm, ja. Genau, der ist ganz lustig. Aber, ähm... Er ist viel frecher. Okay, es kann sein, dass er es noch kommt. Ich frage mich mal, wo das, äh... Letzte Ding ist. Also das letzte, oder die letzte Ten. Besser sind jetzt zwei Stück. Ich habe gerade das dazu gezählt, letzten Ausdauer, Anleitungssets. Ich glaube, das hier muss ich jetzt auch eigentlich ganz normal durchspielen. Ich glaube, ich kann es nicht irgendwie skip oder so. Oh, den anderen Quatsch, ähm... Habe ich hier schon alles eingesammelt, weil ich da ja selber schon runtergelaufen bin, also. Aber das nächste ist ja... Also wenn wir reingehen, machen wir das hier im Tauch... Tauchlevel dann schon. Ne, hier ist nichts, da habe ich schon alles. Kann sein, dass wir da noch was bauen können, wie wir in den extra Bereich kommen. Weiß mir ja nie so richtig. Okay, was bei mir schön ist. Ja, eine Station für Benni, ne? Endlich. War er noch ein Astronauten eigentlich? Ein Roten oder sowas? Ich glaube nicht. Aber ich kann mal den Fembot probieren. Und hier habe ich aber auch keine Lust, das Geld zu sammeln. Und ich werde es hier einfach schnell fertig machen. Da kann man sich auch sparen. Okay. Okay. Wenn man wieder hat, kann man da nicht, äh, zielen. Aber naja, so kriegen wir diesen Berg ja gebaut. Okay, es hat nicht so gut funktioniert. Hier ist was. Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Okay, die hat Laser. Okay, hier sind jetzt auch Sachen markiert, gut. Kann man ja schon sagen. Willst du doch vielleicht nochmal kaputt gehen? Ich schieße das ein und geht die Dinge, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ähm, ja, dann... Willst du das Raketenwerfer? Erdbebaten, ne? Das ist toll, genau. Das dauert echt lange, muss ich sagen. Fühlt mir nicht allzu gut. Dann brauchen wir jetzt Astro Kitty. Also, theoretisch sowohl. Stimmt, das war hier hinter noch, genau. Ähm. Das wird ja super funktioniert, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich rübergehe, dann müsste das gleich runterfallen. Oder? Ah, ne, es ist hier. Okay, gut, dann hätte ich einfach direkt fliegen können. Dann einmal jemand Bohrer. Emmett. Eine Seite mehr. Dann wieder... Bad Cop nehmen. Einmal das hier kaputt machen. Green Lantern ist auch nur so dabei eigentlich. Also, also die ganzen Green Lantern sind die ganze Zeit auch nur so da, damit Green Lantern was zu tun hat. Okay, cool. Haben wir eine neue Hose. Und das letzte Laser-Ding ist hier oben. Dann würde ich sagen, nehmen wir Bad Cop. Lasern das hier einmal. Oder geht das nicht, weil wir das erstmal sprengen müssten. Bin mir nicht sicher. Also, hier können wir den Hacken, genau. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Hier hätte Superman nehmen sollen, aber ich habe den gerade zur Auswahl, leider. So, ich muss den Cut hier nochmal wechseln. Können wir das noch weglesen und dann haben wir es fertig. Gut, das Level auch noch fertig. Speichern verlassen. Ein bisschen Kleingeld. Eine Hose. Wir haben 100% erreicht. Wir haben zwei weitere Anleitungsteile. Wir haben das Bauanleitungsset freigeschaltet. Ich glaube, wir müssen auch nochmal fertig bauen. Irgendwann im Bonuszimmer. Wo ist meine Hose? Meine Bauanleitungseite. Okay. Ich dachte, das heißt Set, aber weil Seite hat so gar keinen Sinn. Aber heißt wirklich Seite. Gut, dann nehmen wir nochmal, einfach nicht freigeschalten Charakteren. Und wir geben uns, das haben wir schon gemacht, ne? Das war das, was wir gerade gemacht haben. Genau, Flucht, das wollte ich sein. Zähle ich zwei Level. Das eins. Das auch eins. Okay, dann gibt es hier tatsächlich sogar vier. Cool. Dann machen wir erstmal jetzt die Tiefen. Das war nicht jetzt im nächsten Part. Ich hoffe, dass wir vielleicht bis zum nächsten Mal haben. Haut rein, tschau.